We gonna put it all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers then they saw, see... Ich hab gerade gesehen, dass ein Kumpel von mir live ist und gerade Fortnite spielt. Ich hab mir einfach mal gedacht, ich werd den mal stream snipen. Warum nicht? Er ist auf jeden Fall Luis und ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf seine Reaktion, ob er ausrasten wird oder ob er es lustig finden wird. Ich hoffe mal, er findet es jetzt nicht schlimm. Ja, zuallererst mach ich erstmal meinen Anonym-Modus raus. Wo ist das hier? Anonym-Modus aus, er muss ja sehen, dass ich es bin. Also er spielt hier, normal Solo. Ich muss jetzt erstmal warten, bis seine Runde vorbei ist. Dann hier ist noch der neue Shop, es gibt eine neue Tarnung, Schlürf. Auf jeden Fall eine der geilsten Tarnungen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstützer ein Creator meinen Creator-Code ertragen würdet, arin.fn, dann annehmen. Und ja, dann sehen wir uns gleich, hoffentlich in seiner Runde. Bevor das Video beginnt, ich hab gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergisst nicht zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Oh, ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen früh ausgesprungen. So, ich bin jetzt endlich mal in seine Runde gekommen und er landet auf jeden Fall Kartbahn. Hey, wo ist er? Oh, hier, das ist sogar einer. Der fliegt da oben. Nein. Das ist er. Okay, Tag, schon ein Schild. Perfekt. Ein Burst MP, ich hab's vorhin sogar noch angesprochen. Alter, nee. Ich hasse die eigentlich. Noch ganz kurz, bevor das Stream-Snipen beginnt. Ich bin nicht für Stream-Snipen. Ich Stream-Snipe ihn jetzt nur, weil ich ihn privat kenne. Und ich denke mal, beziehungsweise hoffe mal, dass er es jetzt nicht allzu schlimm findet, wenn ich ihn mal Stream-Snipe. Ah, ein Chuck-Chuck. Okay, warte. Okay, noch eine AK. So. Ich hoffe mal, er hat keine... Oh. Da ist er. Da ist er. Alter, hab ich jetzt. Fuck, ich hab keine Mets mehr. Ha! Also. Er ist halt wieder der Beste, ne? Er ist white. Hä? Oh mein Gott. Wie früh ist er da hingekommen? Luis. Er schaut gar nicht zu. Warte, was? Nein! Er hat nicht gecheckt, dass ich das war. Warte, komm. Direkt verlassen. Nächste Runde. Arjan? Was... Was mit Arjan? Okay, er ist zwar direkt gequittet, aber alle in seinem Chat schreiben ihm, dass ich ihn gekillt hab. Er glaubt's einfach nicht. So, nächste Runde. Und ich bin wieder in sein... Oh, er landet Sunny-Steps. Ah, Digga, ich bin so schlecht im Fliegen. So, falls ich ihn wiederbekommen sollte... Ich hoffe mal, er quittet nicht direkt. Hey, wo ist er? Aha! Aha! Lade, lade, lade. Okay, kommt einer mit. Fuck, ich brauch ne Waffe. Hey, hier liegt irgendwo ne Waffe. Da ist er. Okay, er hat noch keinen Loot. Der ist da vorne. Der ist da vorne. Nein! Das ist nicht Arjan. Das ist der Safe nicht. Das ist der Safe nicht. Never. Er schaut zu. Aber trotzdem, ey, wenn du's bist, wenn du's wirklich bist, Adrian, dann schreib jetzt was ins Chat. Okay, er glaubt anscheinend immer noch nicht so ganz, dass ich das bin. Kaum direkt noch ne Runde Stream-Seifen. So, nächste Runde und ich bin natürlich wieder drin. Er landet das Ziel. Wo ist er? So. Er hat gesagt, dass er das, die landet, aber... Er hat jetzt noch zu nicht auf ihn bekommen. Der, ich brauch erst mal ne Waffe. Gott. Fuck. Nein, ich hab nichts mehr zu bauen. Nein. Nein. Was macht der? Digga, Arjan, du scheiß Stream-Snapper, alter. Hör einfach auf, okay? Ist mal ehrlich, ich will einfach zocken. Das macht einfach keinen Bock. Digga, er tanzt auch noch, alter. Scheiß Stream-Snapper. Ich weiß nicht, soll ich noch eine Runde? Komm, eine Runde, eine Runde geht noch. So, ich bin jetzt mal wieder in seiner Runde. Und er geht Pleasant. Ich hoffe mal, da gehen jetzt nicht zu viele Gegner hin. Da ist er. Ich hab jetzt auch extra einen anderen Skin genommen. Damit er mich nicht direkt erkennt. Oh, nice Attack. Alter, diese Tarnung passt so gut zum Fisch. Und natürlich direkt chillt. Geil. Okay, nice. Dann hab ich. So, er ist. Hundehütze, da vorne, okay. Also, er hat mich auf jeden Fall noch nicht angeschrieben oder so. Ja. Also, da ist noch ein Gegner, glaub ich, gelandet. Ach, scheiße auf den. Da oben ist er. Er kommt. Nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Er schaut mir wieder zu. Ein Mann! Arjan, du Spaß! Nein, ich werde jetzt einfach anrufen. Digga, das kann doch nicht sein, du... Er tötet mich jetzt schon zum vierten Mal! Und er tanzt auch noch! Nee. Ich werde jetzt anrufen. Ich hab kein Bock mehr! Oh mein Gott, er rastet so aus! Alter, der Arme! Zum vierten Mal gestreamsnipe. Und ich hab ihn zum vierten Mal geholt. Und... Nein! Nein, ich werde ihn jetzt einfach anrufen. Warte, er will mich anrufen? Nein! Hallo? Hallo? Digga, was streamsnapest du mich? Ich... Hey, was meinst du? Ich spiel grad gechillt Solo. Verarsch mich nicht. Hey, ich spiel grad gechillt Solo. Halt's Maul! Streamst du? Junge, du hast mich grad viermal hintereinander geholt. Sei doch einfach ehrlich, Alter. Äh... Äh... Kann sein. Er hat aufgelegt! Ey, er ist so wütend. Oh mein Gott. Nee. Also, ich hab jetzt erstmal keinen Bock mehr. Ich bin jetzt erstmal offener. Haut rein, Jungs. Nein! Er ist wegen mir offline gegangen. Okay, komm. Als Entschuldigung schenke ich ihm einfach was aus dem Shop. So, hier Shop. Ähm... Ich hoffe, er hat die Tarnung noch nicht. Wo ist er denn? Luis. So, hier. Sorry fürs Stream-Snipen. Hier ein kleines Geschenk. Natürlich mit dem Creator-Code HarianFN. So. So, hier Geschenk rot machen. Senden. Okay, gut. Er hat's noch nicht. Geil. Also, das war's auch schon mit dem Video. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.